Jetzt zählt deiner Mama ein Geheimnis. Mama und ich haben keine Geheimnisse. Ach nein, nicht mal eins. Also, was verstehst du nicht? Ich war eine viel bessere Partie. Das glaubst du selber nicht. Misch du dich da nicht ein, okay? Ich war die bessere Partie und du hast mich sausen lassen. Wieso? Was sagen wir ihm? Wieso? Na, weil es Dinge gibt.